Es rappelt im Karton, tang, 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 tang. Ich hab gute Laune, lass mich doch. Oh, hi Bullerei. Oh mein Gott. Okay. Okay. Hallo. Okay. Ich glaub, die kannten mich nicht. War mir sicher, dass ich die kenne. Ey, da ist ein Motorrad. Nein, nein. Ey, da ist ein Motorrad. Oder? Nein, das ist ein Roller, verdammt. Rollerboy. Ey, da ist ein Motorrad, oder? Nein. Aber das passiert. Das passiert. Menschen machen Fehler. Es rappelt im Karton, tang, 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 tang. Ich hab gute Laune, lass mich doch. Oh, geil. NGTI. Was? NGTI. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ganz ruhig. Wer war das? Okay, wir müssen uns ein bisschen beruhigen. Ja. Nicht, dass noch aggressive Leute auf uns aggressiv werden. Die redet halt einfach, ich hör kein Wort, was sie sagt. Okay, no. Okay. 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 Das ist so ein Roller, das ist so ein Roller. Hey, du sagst, dass du als Steine seid. Und du sagst, das ist so ein Roller. Das ist so ein Roller. Okay. Und ich sagst, dass du ein Roller ist, das ist so ein Roller. sick harz rider wird ja bestimmt gefallen ich muss ich muss irgendwie ein gutes gutes bild davon also hart sie so soll dein käfer mal aussehen dann pops oh mein gott einfach mal abgewürgt der knallt aber ordentlich aber so ein geiles teil der knallt richtig der hört sich gut an der fährt schon richtig weit links der ist schön am knallen ich war gerade drüber reden weil ein anderer kollege der macht gerade einen käfer fertig geiles teil hat er nach links rein ich hoffe ich fahre einfach hinterher ja habe ich auch verstanden geiles teil hat er gesagt fahr mal links rein oder ich fahre links rein ich glaube ich habe gesagt fahr mal links rein ich bin doch ohne hinterher fahr mal hinterher ja ja hi geile das teil warum knallt das so heftig das geiles teil und jetzt habe ich seit der roben wieder fünf einmal laufen lassen kommt wieder an anderer motor rein dann steppert der auch wieder richtig na gut ja ich auch der war cool drauf loo ich habe einen schläden da unten das ist gut ich überfahre ich nicht der hat sich auf jeden fall gut angehört der hat sich auf jeden fall gut angehört wow vorbildlich also wenn ich das nicht ins video reinpacke dann weiß ich auch nicht wenn man die penetranten blicke zuschieben dann gucken dann fühlen die leute sich richtig gestalkt die sind einfach angehalten lol die leute die gerade schon hier so langsam reingefahren sind mit dem golf die sind gerade einfach mitten drin so einfach gebremst und sind angehalten und der hinter den denkt sich so, äh, was ist los mit euch? man hat nämlich nur gesehen, wie die Beifahrerin, so eine Oma, dem Fahrer irgendwie vollgelabert hat und dem irgendwas gezeigt hat oder so, ey, sowas fuckt einen so ab, ne, wenn sie dann einfach mal ohne irgendwas einfach bremsen, so richtig bremsen, und die sehen, ist es direkt hinter den einen, aber wahrscheinlich sehen sie es halt einfach nicht, aber trotzdem, ey, so ein Scheiß. Also Leute, ich hoffe, euch hat der Random Vlog ein bisschen gefallen, er konnte euch unterhalten, dann würde mich das freuen, und wenn das der Fall ist, lasst mir noch einen Daumen nach oben da, es wäre mega nice von euch, und dann sage ich, äh, tschüss und, äh, wir sehen uns im nächsten Video, haut da rein, tschüssili!